Eine Innovation aus Amerika präsentiert Rettenmayer Fahrzeugbau zum ersten Mal auf der CFT die Freizeitmessen im Zentralfoyer. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Freizeitanhänger, der von der Funktion und vom Design auch im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das bedeutet, die Kunden haben die Möglichkeit, ihr Sportgerät, Motorrad, Quad, Fahrrad mit in die Freizeit zu nehmen und den Hänger auch unterm Jahr für normale Transporttätigkeiten einzusetzen. Das Konzept ist seit 2009 in Amerika sehr erfolgreich auf dem Markt und wir vertreiben dieses Produkt seit diesem Jahr in Deutschland. Das System ist so konzipiert, dass es in fünf Minuten von einem Transportanhänger in ein schönes Freizeithaus oder in einen Zeltanhänger umzubauen ist. Es sind ungefähr sieben Quadratmeter. Die Bettfläche lässt sich auf 3,20 Meter mal 2 Meter ausbauen. Sodass also durchaus Familien mit Kind oder vier Motorradfahrer wie auch immer in dem Fahrzeug schlafen können. In diesem Konzept enthalten ist der Anhänger, die Dachbox und in dieser Dachbox befindet sich das Zelt, das sich in wenigen Minuten aufbauen lässt in der hier gezeigten Art und Weise. Es ist nicht ganz billig, 10.000 Euro sind anzulegen, aber er verbindet Möglichkeiten, die mit anderen Fahrzeugen einfach nicht zu realisieren sind. Dieser neuartige Anhänger ist insbesondere auch für den Transport eines Motorrads hervorragend geeignet. Freiburger Messe TV Immer aktuell informiert